Heute zeige ich euch das stärkste Pfefferspray der Welt. Damit machst du alles platt, ja. Da brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, dass sich danach noch irgendetwas angreifen wird. Für mich ein absolutes Must-Have, nicht nur ein Fluchtrucksack, sondern generell, ja, als Sicherheit im Alltag, sollte in jeder Handtasche einer Frau sein oder auch griffbereit im Auto. Ja, das Tierabwehrspray ist derzeit wirklich einzigartig auf dem Markt und es gibt nichts Vergleichbares, denn das Ganze ist dreimal stärker als die herkömmlichen Premium-Pfeffersprays. Leute, wer das abkriegt, wer das abkriegt, hat nichts mehr zu machen. Das hier ist, wie gesagt, nicht nur große Klappe und nichts dahinter, sondern damit ist Feierabend. Das wünschst du dir nicht mal deinen schlimmsten Fall.